ich habe das leichte kiste in die richtung geschlagen dass man vielleicht über die kiste springen kann sie trifft ich habe keine munnen mehr ich hätte fast den dritten gehabt ich habe mich gerade an die an den anderen rein gesneakt also ich kann verstehen warum nur 0,3 prozent der leute dieses achievement haben die gesamte kampagne oder wir haben ja nicht mal ein teil abgeschlossen vielleicht sollten wir die gewanns hier nicht erschießen die hier runter kommt sondern niederprüfen verschiebt ein scharfschutz ist weg das macht mir langsam keinen spaß mehr hier sie müssen den raketenstart einleiten dorthana ach nichts erreichen sie einfach die abschlussstation da kann man schon mal wieder das trampeln haben Ah, zu viele Needles. Okay, gut. Also, Fassabend. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Ich möchte nicht mehr. Achten Sie, erreichen Sie einfach die Abschussstation. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich kann sagen, wenn ich nicht mehr möchte. Das ist ekelhaft schwer. Es geht ja alles. Also, ich glaube, mit ausgeschalteten Waffen und so, dass man nichts sieht, das ist alles noch in Ordnung. Aber Eisen ist eben widerlich. Ja, nichts für kleine Kinder. Ja, zu, ja, sind wahrscheinlich schon alle fertig geworden. Die alten, ihr schafft das gar nicht. Was ist denn nicht schlecht? Schon wie, wie, äh, wie ein toter Viech. So, total Schuss. Ja, klar. Ich meine, ach komm. Klaus wird viel klauer. So was sollte man melden, Alter. AIMBOT, HACKER, WALLHACK, ALLES. ALLES gleichzeitig. Ja. So was muss man... Gibt's denn noch? Ich kann. Natürlich. Ich treffe auch nicht mit jedem Schuss. Ja, aber jeder. Wenn wir die kleinen Viecher da ringsherum fertig machen und einfach versuchen, nur hochzulaufen. Aber wir haben ja versucht. Das geht nicht so einfach. Aber wir können's ja einmal probieren. Ja, das klappt halt nur, wenn wir die ganzen kleinen Hinfahrt weg sind. Schief, wir müssen die Raketensteuerung finden. Bisschen kleiner, ja. Guck, 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 guck. Das drücken, das wurde als zweite Waffe. Sturmen wieder. Oh, hier ist noch ein kleiner. Ich hab auf jeden Fall volles Shit. Gut, wo seid ihr? Nein, ich hab nicht gestagt. Du kommst aus dem Nichts und ich hab dir die Granate an Fuß geworfen. Aber ich hab ihn gekriegt. Ja, ja. Das kann ich nicht tolerieren. Danke, Mist. Ist das hier passiert? Ich hab dich nicht gesehen. Ich hab dich auch nicht auf Holzbarn an. Ja, ja, ich, ich kam da von der Seite, äh, von der Treppe. Ich hab mich da komplett, äh, äh, angeschlichen. Ich hätte sich damit gerechnet, dass einer eine Granate schmeißt. Oh, eine Waffe ist alle. Ah, kacke. Ach, leid. Ach, leid. Oh, okay, gut. Ich merk, ich werde langsam ungeduldig. Ich muss den Raketenstart einleiten. Lortana. Ach, komm. Ach, nichts, erreichen Sie einfach die Anlieferung. Ich will wenigstens einen von diesen Edelichten töten. Ach, dass ich jedes Mal diese Miegegang hab. Ja, aber. Ja, wir wollen einfach wenigstens die Raketen starten lassen. Denk ich ja. Och, komm. Das, oh, scheiße. Ach, fuck. Ah, äh, soll ich den zuerst erschießen? Lortana. Ach, nichts, erreichen Sie einfach die Abschussstation. Okay, okay, ich schuhe euch hier. Boah. Kniper ist weg. Zum Mutantfeuer. Yay. Aber ich glaube, es hat mir nichts gebracht. Ich glaube, ich habe wieder kein Schild. Welche Kennung hast du? 888? Du hast ein bisschen Schild. Yay. Meine Emission ist leer. Oh, meine auch. So, ich bin jetzt wieder hier vorne. Gut, dann machen wir es nochmal. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Lortana. Ach, nichts, da hat sie einfach die Abschussstation. Die kann man ganz leicht töten. Du rufst nur, wenn die anderen auf dich schießen. Habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe nach. Oh. Sniper ist weg. Geil. HD, du hast dich genau vor mir hingestellt und ich konnte dir genau schön in den Rücken schießen. Sehr geil. Entschuldigung. Ich habe am Heck keine Augen. So, Schildtypen hier sind schon wieder weg. Ah, guck mal. Kanonprodukt 200. Versus CPU 2.10. Ich hoffe, es sind diese Aufgaben. Ja, es sind die Wochenaufgaben. Ah, verdammt, ey. Wo? Nein, noch nicht. Ah, ein Schildtyp ist noch da. Ich kriege ihn bloß gerade nicht ins Visier. Was meint ihr? Sterben die an Altersschwäche irgendwann? Hat schon einer ausprobiert? Okay, ich schleiche mich wieder von hinten an die ran. Das ist sehr irritiert, dass diese Kuahns. Sterbe jetzt bitte nicht, Jo. Ich bin ganz unten in der Sterbzone. Ja, und da ist ja auch noch ein von den Eliten. Oh, von hinten kam einer angelaufen. Ach, Mann, jedes Mal werde ich mich rumschleunen. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Gut. Lautana. Ach nichts, erreichen Sie einfach die Abschussstation. Ähm, Verzeihung. Habe ich verpasst, dass wir einen Blutsväterplaneten umkreisen? Immer der Reihe. Chief, Sie müssen die Raketensteuerung finden. Schildtypen sind weg. Schildtypen sind weg. Oh, er hat gerade diesen Jubel-Move gemacht. Ich dachte, da kann er eine Sekunde lang nichts machen. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Ja, war schon cool. Ja, eine Sekunde trifft es auch. In der Zeit, wo du siehst, dass er es macht, hast du schon eigentlich... Äh, in der Zeit habe ich gerade zweimal auf ihn eingeschlagen, aber es hat nicht geholfen. Immer der Reihe nach. Ich habe meine Pistole weggewogen. Ja, ich habe meine Pistole weggewogen. Chief, Sie müssen die Raketensteuerung finden. Ich habe meine Pistole weggewogen. Ich habe mein Pistole weggewogen. Ich habe den Griffen. Ich habe mich nicht geholfen, Ich schleiche mich außen rum. Okay, er schleicht. Ich laufe einfach nach hinten, dass ich nicht schuld bin, wenn ihr stirbt. Ich schleiche die, schleich, schleich. Nicht so lange totes Animation, nicht so lange, nicht so lange. Nein, 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 nein. Der Kopf ist ja nicht so gestorben. Nein. Ich bin fest. Ah, nur weil ich so fett bin, bin ich gestorben. Gut, aber es klappt. Gut, ich höre nur rechts raus. Sehr schön. Okay, es wird Zeit für den Alkafel. Oh, wir fliegen Waffen entgegen. Ich höre schlechter und damit schieße ich auch schlechter oder was, hä? Ja. 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 Da. Dämpfe 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 wo 23 sind in die mitte gesprungen sie müssen die raketensteuerung finden scharfschütze ist weg ja einer muss sich wieder von den da anschießen lassen von den einen genaue jakata ich komme erst mal zu dir bevor du da anfängst nein ich bin runtergefallen ok ich bin da jakata ok da kommt der nächste gut nein ich wollte jetzt sagen dann lauf ich aus ja ich denke mal das weg sind habe ich verpasst dass wir einen das können wir doch auch verschieben oder wir haben jetzt eine strategie ich hoffe und ich glaube hier draußen ist es und dafür braucht man wer jetzt nur einen samtag nachmittag ja aber das ist ja nicht schlimm ja hell und ich finde die braucht ja noch eine weile gut dann würde ich sagen weitergekommen als ich dachte und beim nächsten mal schaffe es vielleicht diese wunderschöne rakete da drüben habe ich verpasst dass wir einen wo ich gerade hinschwebe habe ich verpasst dass wir einen wo ich gerade hin schwebe abzufeuern das war ein sehr schöner flug muss ich ja mal sagen das war eine falsche person wir müssen den raketenstart einleiten wir müssen den raketenstart einleiten oh er hat überlebt was du überlebst mich nochmal oh nein ich wurde betrogen das erste mal übrigens hinauswerfen nein müssen den raketenstart einleiten gut männer nicht erreichen sie einfach die abschussstation was macht die da das ist noch schlimmer als vorher sehr gut hier aber wir haben wir wir haben ja sowieso einen speicherpunkt eventuell den wir laden können wir können ja sowieso nicht da laden wo wir sind sondern nur die einzelnen karton ich würde sagen wir verabschieden uns ich habe 41 neue inhalte freigeschaltet und beim nächsten mal würde ich sagen ich habe mir wie gesagt die rakete abzuführen hoffentlich vielleicht eventuell unter umständen gut tschau wir sind fast da ein ja wir sind ja